Dies ist ein ergänztes Video zum Testbericht auf Amazoner.de Im Bild sehen wir den Vesta KMX05, ein DJ Kopfhörer, der einklappbar ist und Metallscharniere besitzt. Hier sind die Verriegelungen, Arretierung kann man raus und rein ziehen und dabei hört man, dass es ordentlich rippelt. Der Kopfhügel ist stauchbar und dehnbar und passt sich somit ganz gut an. Hier sehen wir die kugelgelagerten Kopfhörermuscheln. Das Kabel ist ganz abziehbar, das heißt der Kopfhörer hat eine Buchse, man kann also auch ein anderes als dieses Kabel benutzen. Mitgeliefert wird ein 6,3 mm vergoldeter Klinkenadapter für große Klinkenbuchsen.